Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist es wieder soweit. Heute werde ich mal wieder versuchen, den Kayo Perico Heist abzuschließen. Im Gegensatz zu dem letzten Mal sind wir jetzt nicht zu viert, sondern zu zweit. Mit dabei haben wir heute auch den lieben Aiden. Hallo. Und ja, wie gesagt, wir versuchen heute mal unser Glück. Wir werden natürlich jetzt nicht so viel rausholen können, als wenn man zu viert spielt. Aber wie gesagt, erstens zählt der Spaß und wie gesagt, wir geben uns das große Meer. Hoffen, dass wir das wenigstens auch ein bisschen, ja sag ich mal, so besser angehen, als das letzte Mal. Vor allen Dingen auch taktischer und wie gesagt, dass wir halt möglichst nicht oft neu starten müssen. Ich habe jetzt auch ein paar Snacks eingepackt, ein paar Panzerungen und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt einiges an Geld rausholen. Aiden, was sagst du? Ich denke, das können wir angehen, das Tier, oder? Ja. Ich bin mal gespannt, wie wir es zu zweit schaffen werden. Wird natürlich auch ein bisschen schwieriger, dadurch, dass man ja trotzdem die gleiche Anzahl an Gegnern killen muss. Aber, wie gesagt, natürlich, ich denke, wir haben schon irgendwie hinkriegen. Ich denke, wenn man das nicht zu zweit schaffen könnte, würde das auch rein theoretisch gar nicht gehen, dass man das überhaupt zu zweit starten kann, weißt du, deswegen. Okay, wir haben jetzt auf alle Fälle auch im Gegensatz zu dem letzten Mal nicht die Variante mit dem Flugzeug gewählt, also die Annäherungsvariante. Wir haben jetzt hier das neue Patrouillenboot genommen und ja, wer fährt jetzt? Du fährst, okay. Äh, kommen wir vom Dock nach, vom Dock nach. Wir haben ja, wir haben ja eine Form meiner Form meiner Links, vor allem, genau. Und dann, äh, ja, genau beim Leuchtturm vorbei, bei diesem Turm vorbei, ja, ist nicht, ist kein Leuchtturm, oder? Oder, ja, ich glaube schon, ich kenne jetzt fast alles aussehen. Ja, egal, äh, auf alle Fälle, ähm, das ist schon richtig, das will ich damit sagen. Was ist das hier nochmal? Versuchungstraster. Aber diesmal, ähm, wir gehen zu Fuß, weil... Ja, jetzt müssen wir ja ungefähr mal rein müssen, weißt du? Das Ding ist, wir, ähm, haben jetzt schon, äh, heute mal versucht, den heißt zu starten. Wir hatten vor uns auch Basti mit dabei und, ähm, ja, wie gesagt, ich hatte halt keine Snacks gehabt und sowas. Und da bin ich oft gestorben, muss ich auch sagen. Das ist halt wirklich, also Panzerungen und Snacks sind wirklich so wichtig, weil man oft, äh, in so eine Situation kommt, wo man wirklich sehr wenig Leben hat. Und das ist dann halt das, wo man sich dann hochheben könnte. Wenn man halt Snacks hat, geht das. Das heißt, man überlebt. Wenn man keine hat, stirbt man leider. Und das ist dann halt auch oft das Ausmaß. Und dementsprechend, wie gesagt, wir haben, äh, auch letztens ja schon mal so ein Video hochgeladen dazu, was wirklich auch absolut harmmäßig eingekommen ist. Dafür nochmal ein Dankeschön. Und, ähm, wie gesagt, auch im Stream gestern haben wir das nochmal so gezockt. Das heißt, jetzt schon zweimal geschafft und, ähm, ja, einmal so fast geschafft. Da waren wir ziemlich weit am Ende schon. Haben es aber dann wegen wirklich zu wenig Geld dann abgebrochen, ja. Und ja, wie gesagt, wir versuchen uns jetzt hinzubekommen. Was ich damit generell sagen will, ist, dass wir, ja, schon ein wenig Erfahrung haben, aber jetzt auch nicht so unglaubhaft viel. Also, ich sag mal so, wenn man jetzt, äh, die Missionen 20 oder 10, 20 mal gezockt hat, dann ist es, denke ich, schon so, dass man, äh, dann auch so viel Erfahrung hat, dass man das auch relativ easy, sag ich mal so, abstießen kann, na. So, genau, ja, Fahrgleich, ja, geradeaus, kommt mir jetzt auch eh nicht hoch. Ja, wie gesagt, das ist, ich glaube, ja, ist ja nicht veränderbar, aber versuchen trotzdem mit, ne, möglichst viel Geld rauszugehen, taktisch heranzugehen, um halt dann auch im Endeffekt, ne, nicht so oft getroffen zu werden und dergleichen. Und, äh, wie gesagt, mal sehen, wie das wird. Aiden, willst du noch irgendwas Bestimmtes sagen? Ähm, nee. Wie gut. Komm, auch auf der Patrouillen, Doda. An die Insel ist halt wirklich schon Premium, muss ich sagen. Er hast du eigentlich alles so weit entdeckt mit, ja. Na, hierfür noch paar Sachen, glaube ich, und hier auch. Ich glaube, noch ein bisschen Ausrüstung, theoretisch. Ja, aber so, guck mal, ich denke, die Taschen werden eh ziemlich schnell voll sein. Ich bin mal gespannt, wie viel man als, äh, oder mit zwei Personen eigentlich rausholen kann. Könnt ihr ja auch, wenn du das möchtest, sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eigentlich das meiste ist, was man halt zu zweit holen kann. Na, na, also im Duo. Weil trotzdem die Taschen irgendwann voll, na, deswegen. Ich denke, es ist nicht unmöglich. Ich denke, es ist nicht unmöglich, aber man kann es schaffen, aber dann... Na, was ist denn nicht unmöglich? Also das hier... Na, moin, die waren einfach zusammen. Lull. Also das hier ist nicht unmöglich, aber man kann es aber schaffen. Ich glaube, man kann es schaffen. Aber nicht schwerer. Na. Na, wie gesagt, immer noch die Frage, mit wie viel Geld man rausgeht, na. Hab ich was übersehen. Na, die alles freund. Was denn, ihr hättest noch mehr entdecken können, aber alles Gute ist nicht so schlimm. Sofort jetzt einfach, genau hier, in das Hafengebiet rein. Ja, hier, hier, hier. Jo. Genau, und dann, wie gesagt, immer noch auf zum... Nur für zu sagen, die Leute, die äh... Hm, da? ... die Klippen hochvorgehen, das war so möglich, die Klippen hochzugehen. Na, da kommst du nicht hoch, ich wäre schon. Das ist ein bisschen... Das schon hier, weil... Ach, 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 ja, alles klar. Kein Problem. Genau. Wenn, trist du am Anfang im Kopf halt. Ja, sagen wir uns. Wenn, es eh nicht ganz halt im Schiffen. Was soll ich die ganze Zeit schaffen? Unentdeckte bleiben, meinst du? Ja, sagen wir uns. Ja, das ist halt... Weil die auch von uns gesagt hast, wenn die hier zum Beispiel... Schreien und dergleichen... Ja, ich schaffe. Dann warst du es ja auch ziemlich schnell, ne? Deswegen. Ja, ich weiß nicht. Wir sind hier beim Dox, ne? Na, ich war da weiß, in die Kamera. Ich glaube, hier oben... Ja, wie kann man was kaputt machen? Ja, ja. Aber mit der einmal eh Schaltdämpfer drauf, die Waffen, das ist ja das Geile. Ja, ich schaue das noch gekauft, das war so billig. Ja, gut. Wo ist das eigentlich nicht? Kommt ihr ein Fahrzeug? Ne, ne, jetzt geht der Fahrzeug ist eigentlich, äh, großer Punkt Null. Das war mal wieder eine IQ-Aussage. Meinerseits. Alles sogar Fahrzeug. Okay. Okay. Oh, bitte nicht. Ich glaube, dass sie die leisige, oder? Okay, warte mal, du bist am besten jetzt mal abknallen. Die Frage ist, ob der Außen steht oder in der von dem Gebäude? Ich glaube, in oder? Was ist das? Nee, ich schaue diese Büsche hier, ne? Okay, perfekt. Ja, ich sag mal so, das ist halt, ja, ist auch trotzdem ein Schwing gemacht, so ist es ja nicht. Ist halt nur stellenweise ein bisschen schwierig zu umgehen. Den müssen wir auch tüten. Ja, perfekt, ideal. Ist doch schon. Ist irgendwie noch was, was wir holen können mit? Ja. Wir sind zwei Leute, äh, komm mal mit, bitte. Ja, es soll hier gucken, ob wir was gibt. Ja, warte, wir nehmen mal, äh, Autos, 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 Autos. Ja, okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Wenn wir dann nicht entdeckt sind, nein, ne? Ich weiß es nicht. Kannst du dich auch nehmen? Ja, kann man auch perfekt. Ja, kannst du. Weißt du, genau, das meine ich, ein bisschen taktischer einfach rangehen, oder? Warte, ich weiß, vielleicht werden wir nicht entdeckt, aber ich will aber nicht von dem gesehen bleiben. Wir können einfach in Versorgungslaster, warte mal, da Versorgungslaster, ist der noch irgendwo hier? Aber ich hab heute, ähm, beim YouTuber geschaut, ich mich darfst durchgegangen, aber ich kann mich nicht mal in einer Berne. Okay, warte mal, wir knallen mal die zwei hier noch ab, die Kollegen, hat die es auf dem Tor, oder? Ja, ich schief, ja, ja, nee, einer, nee, warte, das sind, das sind ein paar Leute, das sind, das sind vier, 4, 4, 4, 4, 4. Okay, du, den rechts, okay? Ich schieße, ich schieße, ich schieße, die rechts, okay, du, schieße, die Dings, okay. Alles klar mache ich, okay, let's go. 2, 2, 1. Ich glaube, das, ja, oder? Ich hoffe, das hat geklappt, so wie wir es wollten. Bisschen man immer mitnehmen, wunderbar. Ruf, naja, okay. Na, da ist ein ... da ist einer auf dem turm ich weiß es okay warte mal wir holen uns mal das fahrzeug müssen bis aufpassen das war dann halt nicht im sichtbaren bereich die straße überqueren oder entlang fahren so war dann mal genau hier war das ausrüstung zwischen ich diese eigentlich nichts mehr kommen wir freuen je nachdem stecken wir drauf einfach genau gehen wir sofort zum anbieten oder sollen wir erst mal dieses ding sagt die wir machen ja sowieso ein boot und wir sind oder hello ist da nicht noch irgendwo jemand gewesen glaube ich irgendwie auf dem berg aber ja 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 okay aber nicht nicht schön sind unsere freunde geworden hallo das fühle ich schon wieder so was das ist das finde ich geil irgendwie einfach so durchfahren da bin ich drin da bin ich dabei dass das klettert das klettert allerdings das kann sich vielleicht benutzen um es wollen ja ich habe es nie gemacht ja ich will auch nicht jetzt mal ja nicht entdeckt worden da kann man benutzen oder man da ist auch noch da kann ich bin ich gerne da kann man einfach nur drüber habe ich das gefühl oder was ich denke man braucht kletter ja hast du das haben wir einen holen müssen auch ich weiß wo ist das ist aber alles alles gut dass es euch wir gehen jetzt einfach durch das tor 1 auch kein problem war ja dann in guter lachen wir noch nicht brutal ich weiß nicht ich liebe diese katzen naja das ist schon geil gemacht da gibt es nicht zu sagen der naja ich glaube jetzt haben wir entdeckt oder kann es sein ja ja ist der bombe der ist egal wir werden zu den ender wagen holen müssen aus egal alles gut also man jetzt hat die schwierigen ja das stimmt wir gehen an wir gehen eine wille nach dem anderen wollen ja habe ich habe ein bisschen was panzerungs und snack technisch mitgenommen auch noch mal einkaufen sind sogar geld ausgegeben im da hat das nächste kauft das muss uns da wie das funktioniert nicht die schützen ach komm doch das was war das denn gerade ich gehe mal wo ja der ggm obwohl ich sterben die jahre ja alles gut ist nicht schlimm ja ich jetzt keine ahnung wurde einfach ist wie gesagt einfach durchziehen immer wieder einmal sterben ist nicht schlimm ich habe ja eine schlüsselkarte dabei schon ja ich muss sagen okay hier ist noch eine schlüsselkarte da haben wir schon mal zwei ja ein bisschen offensiv war ich gehe hoch ne ich gehe hoch ja alles gut ich komme mit wir müssen eh dann wenn wir runter gehen wollen zu zwei zeiten wegen den tor wegen der schleuser na deswegen hast du die zwei schlüsselkarten ich habe alle bürger also hoffe ich jetzt mal dass es die beiden war glaube ich schon ja ja kann ich mache alles gut ja so extrem schwierig ist es eigentlich gar nicht ich mag ich nehme das bild mit johann schon mal alles ein er läuft doch gut zu zweit reden oder kommt bis zu immer gestorben jetzt aber so lange sie noch mal passiert wie gesagt immer passiert wenn dir alles gut ist auch nicht ich habe vergessen das ist alles grössere genau perfekt wunderbar nur eins ich finde das so leid sie sind mit der die dämpfe bilder ja heute sind es ja hochser games das stimmt schon es reicht so nummer zwei nur ob alles hacken ja noch ich denke diese outfits hier kann ich so schlecht ja das gehört warte mal es gehört nicht dazu oder bin ich fast wartet mal das gehört dazu okay hier ist ja ach das war schon ich habe gerade müssen alles der ganze rest und war schon fertig wohl danke an rockstar kurs ja es war die ära das sind die momente die ich einfach liebe die du bist doch mal das video anschauen hast gehört absolut glücklich gerade ja es ist der ganze rest und war schon fertig automatisch einfach lag wieder kann ich das machen was denn von mir aus so 39 ja hast du ja ok dann wurde ich glaube oder genau und 46 46 navester genau und 30 genau als letzte zahl ja alles war dann holt das zeug und dann kommen schnell mit hier rein dann holen wir uns das geld noch so 321 ja alles gut sie durch die durch die durch diese die einfach schließt ja mal weg sind ja die von ihm finde ich gerecht verdächt ich hole das geld oder er hast den so haben wir alles soweit ich will sagen wir haben schon einmal versuchten und so wir haben da nicht gespielt wir sind ja naja das hat nichts damit zu tun gab das problem einfach wie gesagt die snacks überwichtig ne ich ja oder pausch wieder relativ dass wir lassen wir ja das klick kurz als wären wirklich dies alles ist wirklich so die sexen wirklich ich weiße selber stich zu denen das war noch nicht ich habe nie eine casino gemacht hast du alle bilder genommen ja was da alle bilder dafür bin ich auch gut ja ich habe schon alles voll okay wir machen lustig würde ich sagen ja die sind so stark schon wieder eine panzerung hast du volle panzerung oder diese ich habe große panzerung so kommen wir kommen schnell schon nochmal panzerung da läuft das die ich habe jetzt noch 7 panzerungen ich denke da kommen wir gut zurecht jetzt oder ich habe auch genau so ich muss und das nächste habe ich noch alle diese katzen für die ja übelst na ja einfach an dem tor um heraus die sind so lust also der punkt daneben der grüne knopf los genau hier drauf es ist wirklich geil gemacht also programmierungs technik und so weiter gibt es wirklich nichts irgendwie ansatzweise auszusetzen nehmen wir autos ja 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 auto 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 ok komm ich vor schnell wenn es okay ist dadurch was ich vor schnell hatte ich hatte ich habe ich habe immer die die kinder genau jetzt wieder habe ich muss mit panzerungen ja es ist nicht schlecht die von der straße ja auf der straße zu fahren das ist halt der euro apg auf alle fälle ich würde auch gerne auf der straße von hätten so ist es nicht nur auf dem weg zu dir kommt das ist ich kann nur beschreien die aber kommen diese büsche gelände naja warte mal aber bild schräg hoch von schaffern dann schon mich macht das können sehen dass ein auto ja es ist jetzt nicht sich drüber aufzeugen wie so gut perfekt ist aber das beste gefühl wenn du nicht ganz wohl fest hängst wenn wir jetzt sterben ist ja wirklich unkündig das gefühl haben wir auch bitte auch jetzt hängen mal zum eng mal zu sein ostfest na ok geschafft so auch noch mal panzer und reinbrot wenn es geht ich habe ich habe schon hast du am ding ist noch mal oder mal ich habe ich habe gerade in meinem tab an für wenn wir meinen panzer und weggekommen ich habe wieder ich gibt die deckung auch kommen alles baulich ist so du erlst ja machst als rückendeckung perfekt allem 6000 verloren die insel bewohner wir fahren wollen wir direkt zum dix von jetzt ja 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 18 kommt die übel ist was ist die sie aber übel gut eigentlich oder als ich denn da zuvor ich mache ich sagen ist zu zweitiger haben es echt gut geschlagen also ritter jetzt mal bis jetzt ja ich bin voller staunt jetzt jetzt müssen die sterben ich nehme nie wieder das flugzeug auskommt nie wieder machen das ok ja gut es ist es kann man so auf unserer seite ich merke ich habe noch viele also viele jetzt aber ich habe sie wir fahren durch oder würde ich sagen werden es noch anhalten können wir ziehen jetzt durch ich weiß nicht ob ihr eigentlich davon ja noch was wir können ja schon was müssen wir nicht eigentlich ich weiß es nicht ob mal was ist das jetzt ja wir sind jetzt ausgewählt dass wir du musst es will sich erst nicht das eingestellt hat mal gut wir müssen aber erstmal das ausmachen und ich muss jetzt nicht weil ich keine panzung mehr habe da kommt ich glaube ich habe bis noch mal zurück vor habe ich das gefühl weißt du das wusste ich jetzt auch nicht wir wissen den alten aber ein du verstehst das 0 hat dass mir das system ausschalten müssen dieses abwehrsystem was soll ich meinen nee oder ja lasst du stehen ist sinnfrei alleine jetzt über der insel weg dass es kommt egal alles gut wie gesagt wir müssen das hauptsystem ausschalten okay immer ist es nicht schlimm die wir hätten nochmal den attack von denke ich mit dem sollen aber an sich wir sind bis zum flughafen kommt man zu sterben welt ist wie gesagt nur noch ach die das wusste ich jetzt auch nicht ich habe gedacht dass die wird sich dann automatisch wenn man dorthin kommen wir machen es genauso wie gerade eben jetzt wir jetzt mein tor eigentlich vorne dran wir machen es genau wie eben vorne mal dort durch holen uns noch mal das bissel die portland cookies ja und dann fahren wir noch mal zu dem gelben punkt zum nottag okay von dem dann aus zum flughafen deaktivieren den luftabwehr allerdings weiß ich mein oder flug nach los centers das ist der plan zu kommen geld hier auch bei der los ja ich finde ich bin jetzt ein bisschen nicht jetzt haben wir gewinnt uns für zwei schaffen aus erstaunlich ja das war vielleicht ein bisschen dürfen wir es nicht doch hingefahren sind also sagt wenn du das wie gesagt das erste mal machst und solche kleinen sachen mit beachtet dann kannst du da wirklich schnell solche was muss next konsum habe ich noch ein bisschen mit auf das erst mal das ist ja ich kenne von das sind doch hinten eingesperrt so dort wurde man in der vorbereitungsmission hat die fressen wird oder muss selber nicht aber ja so ein das ding ist einfach so dass wie gesagt hätte ich das gewusst dann hätte ich das a3 gemacht also ich war schon leider hingefahren gelbe punkte heißen immer ja muss das logo das wäre sich auch aber und das ist das ding ist ja der auch sein könnte dass ich das automatisch um aktiviert weil sie dann automatisch zum flughafen weil ich schon das oder der kumpel von cario perico wie das ist aber eingestellt hast das wäre sie auch nicht die ich habe mein vorbeut man verschiedene machen ja bei hyper zu groß für euch wäscher ja schade waren von uns mit 1,80 oder 1,6 bitte was warum schon noch die 1 gemacht hat mal wo ich als rausgeholt hat glaube ich oder ich glaube so was okay nehmen wir das noch mit klar nehmen wir das mit texten du ich weiß es nicht ob man ob die sind vor der werden anderes zu nehmen jetzt hältst du deckung hältst du deckung hier okay alles war dann mach ich doch kurz auf den spaß perfekt und einsagen und hier gibt es auch die piste ich kenne es einfach theoretisch den teil aus dem video jetzt heraus schneiden wo wir jetzt gestorben sind und so weiter ich finde das würde einfach generell na es gehört mit dazu es ist nur wie es ist jetzt und ja wollen ja wirklich die all in round wie sagt man hochladen so wie soll sich meine so kommen ein jeder wird uns sage ich bin zu voll zum schneiden kam ja schon mal ponsorung rein und dann sind da und sind da und ich wäre schon ich muss jetzt so schnell sich ja okay war ich glaube ja ja es ist schlimm ist es ist halt übel wie soll ich sagen mit platten übel zu uns also will ich für euch traktion an als lauro stehen da brauche ich es nicht ja geil sind die schon aber wie gesagt ist halt gerade schwierig es ist einfach schnell den checkpoint holen mein blog ja und die büscher sind auch ja da wächst du anbauen fest das ist das ist wirklich bisher das ist generell ich finde so extrem wenn die mit zu flugzeugen kommen dann auch hier nehmen im buch neben dem kind dieses verboten dem auch bei den aufgaben es einfach noch zu überleben ich bin ich bin so ich bin so was du kennst sechs mehr oder was ja die schieße mit dem bauer sondern auf uns ist übelst okay das ist meine letzte ponsor ich hoffe dass ich noch mal sterben wir gehen zusammen rein oder janin wo wollen wir noch aber hast du das ding aktiv deaktiviert jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's ich muss mal kurz nix weil das ist noch mein letztes necks den können wir versuchen zu töten aber das aber auch stellen da haben wir keine mir die ganz dran aber weil kira ein frock mal das geld an die hat übelst die sie ist schuldig eigentlich hier kommt ja keiner ein stück die wälder 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 schätze ich unterschätze das aber nicht der kommt merken dass das ding und dann geht es mal von der insel das schluss aus ende dann wird er upload abgeloadet jetzt war jetzt auch der match es ist wirklich so schlimm und jetzt kommen sie dann wieder ja ich weiß schon jetzt muss ich das auch aufmachen mach auf die brüder wo müssen wir das denn hacken das weiß ich auch nicht hier machst du das versuch mal ist das das aber ich denke genau das was ich denke ich liebe was denn das ja das ist ein ding na komm da muss so die wollte erklären ich hab's jetzt sofort ich hab's geschafft dass so easy nicht schlechter spricht wenn ich nicht noch einmal fertig okay perfekt dn das sieht gut aus muss ich immer so sagen besser wie ich jetzt einfach noch mal was next rein ich habe ich habe fast keine mehr also nur noch zwei stück jetzt einfach kommt einfach durchziehen kommen scheiß drauf kommt drauf geschissen wir noch mal ganz kurz du denkst mit ich habe jetzt also kein box geld liegen zu lassen müssen leider nehmen was bringe merkt aus den nächsten oder was denn was denn jetzt ist auch seine explosion geht ist dann ja wirst du schon nicht was passiert ist hast du mal irgendwie platz besser das bringt aber saftig geld guckt dir das an ist das geil okay perfekt okay das hat sich so gelohnt dass man mitzunehmen sagt mal privatsphäre hier was denn ja aber ja so kommt ganz schnell das flugzeuge los geht's noch mal dass sie nicht drauf wollen wie nicht einfach auf den es geht einfach auf inventar die einfach mit snacks gucken die ganze zeit dass mir bis nächste ist das ein schönes abschlussbild der trübe ist normale mit bei der was die wenn wenn das gerade sie ist grüße gehen raus an dich er passt die kurze am sonne gekriegt er und er macht gut an die schlieb er denkt so denkt so dass ich mal zu trinken zu wollen sieben das ist der korona gefallen die gedül ist sogar nicht ja jetzt haben sie gesehen es ist sehr easy ja sehr easy der bei der ganze hinten dran ist das ist nicht wonderful enden die hier läuft bei unserer ehre wir haben das solo ja mein solo geschafft du es gibt andere die zähne gekriegt haben aber trotzdem weiß ich nicht freue ich mich dann bitte hier bei dem matrazo ist noch mal das ist ja die türstörner von der willi geil die kommen ja unsere outfits ja jetzt kommt meine lieblings äh ja mit dem traur oder ich wäscher mit dem schlängelde ja 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 ich mag ein ausmachen ja ja die chöner leben aber auf ihrem auf ihrem ding ist ja in ihrem pool leute ich danke euch ja vorhin schon mal ganz ganz herzlich fürs zuschauen ich hoffe wie gesagt dass er mit unserer leistung einigermaßen einverstanden wort wir haben es war jetzt zum aufnahmezeitpunkt ja knapp halb bis dreiviertel zwölf ein bisschen müde muss ich sagen ich bin froh dass wir es noch so geschafft haben und wie gesagt wenn ihr eure meinung mal dazu abgeben wollte in den kommentaren sehr sehr gerne wie gesagt auch wenn es jetzt nicht so immer unbedingt positiv ist ist kein problem hauptsache bitte konstruktiv bleiben jo abo like glocke auf diesem kanal würde uns sehr sehr freuen das ist ganz klar genauso wie auf meinem zweitkanal scharf kanal oder wie live kanal und natürlich auf dem kanal von meinem bruder basti wie gesagt hast du noch mal grüße raus an dich mein guter kurs 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 jura habe ich noch etwas nicht gesagt ja wir konnten nicht alles raus und aber ich bin zufrieden mit es wäre knapp jetzt auch noch ordentlich am ende was cool taktischerweise am anfang war es gut ja das einmal einmal sterben mit dem na aber ich sag mal so werden wirklich das doch mitnehmen sollen das war das kleine problem schon du hast die sie direkt hat eigentlich gut gepasst da muss ich sagen ich bin sehr zufrieden mit den bischen unterschätzt dass wir haben es denke schon ein bisschen taktischer und auch generell besser gemacht das letztes mal auch wenn es weniger geld war als letztes mal aber wir haben halt trotzdem auch noch zu zweit gezockt na und ist halt dann schon unterschied ob man zwei taschen oder vier taschen hat na sehr klar ich weiß gar nicht was eigentlich das höchste ist und man als dings rausholen kann mit zwei leuten hatte ich ja vorhin schon mal gesagt kann auch gerne mal rein posten die kommentare wenn du dazu was wisst auch wie ihr das geschafft hat bis jetzt können wir alles gerne mitteilen in den kommentaren genauso wie eventuelle fragen die es geben könnte vielleicht irgendwie tipps und tricks vorbeisungsvorschläge auch für uns zu videos und live streams und dergleichen und sachen die weite vielleicht behalten vielleicht mal um zu einem video mit ansprechen können jetzt komplett diese seine mit dem bilder ich finde es so geil die ohne scheiß jetzt kommt die zähne ja 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 schon die müssen noch einsteigen mister driver phillips enterprise sie ist als dieser die dings die firma von dem mann die ist das sie die gute frau das ist einfach geil die juli scheiß wissen sie die sache dafür muss wirklich die historie gezockt hat man das zu verstehen das kämpfe ja nicht oder man hat jahre gezockt aus geil die raubüberfall bestanden jawohl verdient die sport in kammer 5 5 millionen 5,8 auf 5.000 läuft schon der elite stellen sollten wir auch mal anstreben können was weiß ich noch kriegt ja und wie gesagt wenn man den überfalls erst mal macht man auch so eine kleine leben challenge noch 100.000 extra bekommt weil ich denke die elite challenge denke ich so eigentlich 100k würde ganz denke schon der erste mal bonus challenge gibt es glaube nicht wenn ich mich da nicht irre naja egal wie gesagt alles nur ein hat mir sehr viel spaß gemacht ich hoffe er eben die auch noch mal gruß und kuss an basti gehen raus und in diesem sinne bis zum nächsten gda video oder live stream die die nächsten tage kommen werden oder bis zum nächsten fortnight content video technik livestream euch einen wunderschönen abend oder tag je nachdem man das video anguckt bleibt schön gesund und wie gesagt eure meinung zu der ganzen thematik würden wir uns keine freuen fragen verbesserungsvorschläge alles drum und dran wie gesagt die kommentare sind immer offen schön konstruktiv bleiben und in diesem sinne eden hast du noch ein abschließendes wort eventuell alles war schön nochmal schön mal wie das abo like locker auf allen kanälen wird bei uns natürlich auch sehr freuen jetzt ist aber gut mit eigenwerbung hier ist bescheid hier noch mal das endresultat kann man wirklich denke ich zufrieden sein da es geht mehr mal ein bisschen besser angehen können aber wie gesagt wir wollen es nicht kritisieren alles in meinem war eine neue sache in diesem sinne wie gesagt bis zum nächsten mal euch ein wunderschönen abend oder tag bleibt wie gesagt schon mal 2000 doll ok wie gesagt heute na macht's gut die haut rein und schaui